ja super jetzt habe ich zwei münzen als letzter gekriegt verdrückt mir erst mal münzen und ich fand auch durchs gras der hammer und krieg münzen als sechs da willst du mich aber ich finde die scheiße schwer ja das ist eine ganz nütze stricke aber die ist scheiße die scheiße schwer so wie deine mutti ist auch scheiße schwer wer hätte da dann nicht ausgewählt unsere aufnahmen machen wenn whatsapp ausgefallen ist ja aber wirklich bild fährt echt voll die voll die hetzen das ist eine minute da und dann kommt er direkt auf der startzeit deutschland ohne messenger ich war durch beide runden durch und christian kriegst den richtig fett ab ja ich hatte mit denen eh nix mehr anfangen das ist ein mondo christian kann auf jeden fall noch auswählen also das klappt es gibt nicht nur die nach vorne fahre ich aber immer selber rein drei rote sind halt auch so hart eigentlich wollte ich den gerade auf der sekunde hast du mich überholt selbst wurde scheiße ich fick deine mutter gerade selbst sorgt dafür dass die folgen alle über 15 minuten bitteschön bitteschön ist euch schon klar dass ich jetzt alle abziehe das ist so ein wichs game natürlich warst du das doch schweiß doch Spaß ja leute ich hab's da mit der grün getroffen lol geil what the fuck ist da denn jetzt gerade passiert da kam wohl so ein roter panzer peter das war ich nicht ich kann nicht mehr links steuern nach rechts steuern was ist das denn lol oh fuck hd hast du kein ding mitgenommen oder was ich kann nicht mehr steuern brauche ich nicht ich kann nicht mehr lenken ey peter verpiss dich mal gefährlichst ja das ist ja ein problem sagst du ne ich kann wirklich nicht mehr lenken cool vielleicht ist dein controller leer das kann sein das stimmt da habe ich erstmal nicht drauf geachtet ne dann wäre ja mein pet ausgegangen weg da oh komm und ich kriege aber eventuell ich bin nötig ich kriege mich über eine blaue auf ne eventuell bin ich bei dem touchpad auch daran gekommen dass man das pet jetzt per bewegung steuern muss lol also deine runde jetzt hier christian ja ich meine ich kann ja mal kurz auf dem pet gucken ihr habt ungefähr eine dreiviertel runde vorsprung komm mal hier lang ich glaube ich noch nicht der dritte kommt jetzt scheiße lol und die kriege ich nicht wie geil ist das denn da kommt noch ein roter ja schießt noch 20.000 uhr warte mal peter da kommt noch einer ja ja genau weißt du alles klar ich bin voll scheiße abram da kann sich bei mir mit welchen controllern spielt der denn also ich spiele mit so hohen ich spiele gerade mit dem großen ich spiele mit dem game also mit dem mit dem pet weiß auch nicht wieso ich mit dem großen mit dem großen spieler will ich kein mario kart spieler will ich mit meinem pimmel spielen muah 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 jawohl ich hab aber auch die getroffen mit dem banale das ist mal meine eilen rüppklappchen jetzt weil ich so geil bin durch jayce rumgebrille was für ein gell oh ich sehe gerade ich bin viel zu groß für die facecam mein fetziges gesicht ja ich bin aber so nah dran weißt du man sieht mich nur so halt ja weißt du man mittendrin steht nur da dafür hat man nichts für besser ja echt mal bloß nicht nah dran gehen hallo weiß ich ob die zuschauer das ertragen niemals wenn die zuschauer jayce facecam jetzt fragen dann wir fragen die hat das gas gas jetzt jetzt oh nein roter ach komm fuck you bitch ach komm ach ja sau fuck you ach ja sau fuck you ach ja sau fuck you wärst du da wie der erste hab ich dich in der letzten NEIN bei mir stand vierter bei mir stand vierter what the fuck das bleibt mich verarscht das ist doch schon vierter da hab ich dich überholt das ist ja wohl ein schlechter witz ist das jetzt kommt er gleich mit der pink vorteil ja echt mal voll der pink vorteil was sind das für scheiß server hier von nintendo alter das war nicht sepp wo du meintest kannst du knicken aber ich hatte diesen orangen im pilz ach fuck you ach leck mich doch schon wieder alter ja treff mich doch noch tausend mal ja jetzt war es hier du geile bitch mama bitte nicht so feste ins gesieiiicht lil ав Dafür sind die Hardcore genug, ne? Hat er einen echten Hasen dabei? Ja, das kommt auch so ungefähr hin, Bram. Ja, ich auch. Kies ihn ab! Du bist aber noch ein bisschen weiter weg von mir. Oh, ne! Doch! Pin hat ihn abgewehrt! Gibt Gas! Gibt Gas! Gibt Gas! Gibt Gas! Oh nein! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Eindeutig! Eindeutig! Das kann nicht sein! Wie mega knapp das war! Oh, leck mich auf! Ohne Scheiße, ey! Wo kommt Johnny denn jetzt her? Ja, weil... Oh, entschuldige, Bitz! Ich bin letzter! Irgendwo bin ich ja! Irgendwo bist du ja, das stimmt! Irgendwo bist du ja, das stimmt wohl!